Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinge. Ich muss sagen, in dem Konvolut, was ich vor ein paar Wochen aufgekauft habe, war doch das ein oder andere ordentliche Comic dabei. Also während mir manche gar nichts sagten, waren trotzdem ein paar tolle Sachen dabei. Wie zum Beispiel das Cape, welches auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill basiert. Erschienen ist es bei Panini Comics und heute stelle ich es euch vor. I am Nerd. Eric ist als Kind beim Superheld-Spielen vom Baum gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Sein weiteres Leben verläuft allerdings auch nicht viel besser. Er wird zum arbeitslosen Loser, der seinen Scheiß einfach nicht in den Griff bekommt. Und zuerst spannt er sogar seinen Bruder Nick die Freundin aus, zieht mit ihr zusammen, lässt sich von ihr aushalten, bis sie sich schließlich im Streit trennen, den er aber auch auslöst und er wieder bei seiner Mutter in den Keller zieht. Und da findet er dann sein altes blaues Cape mit dem roten Blitz und dem Marine-Abzeichen seines Vaters, der im Vietnamkrieg umgekommen ist. Er trug es immer, wenn er mit seinem Bruder Superhelden gespielt hat und auch bei seinem tragischen Unfall. Eric stellt nun fest, dass er mit dem Cape fliegen kann und damit beginnt auch der Abstieg. Denn Eric schiebt seine Probleme auf die Menschen, die ihm immer geholfen haben und ihn geliebt haben und entlädt mit der neu gewonnenen Macht seinen kompletten Selbsthass in zerstörerischer Art und Weise auf seine Ex-Freundin und seine Familie. Dabei geht er über Leichen. Jason Cera Mellor hat die Kurzgeschichte von Joe Hill für diesen Comic umgesetzt, der unter anderem auch Lock & Key geschrieben hat und mit solchen Horrorgeschichten im Gang nach seinem Vater Stephen King kommt. Mir fehlt leider der Vergleich zur Originalgeschichte, aber die Nominierung für den Eisner Award spricht sicherlich schon für eine gute Umsetzung. Entsprechend einer Kurzgeschichte gibt es auch nur eine knappe Einführung der Charaktere und man wird schnell in die Story reingeworfen, denn schon nach wenigen Seiten beginnt Eric's Amoklauf. Eric, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat und sehr einfach gestrickt ist, er projiziert seine Fehler auf alle anderen und hat eine Kurzschlussreaktion nach der anderen, um nicht aufzufliegen. Er unterstellt seiner Freundin mit seinem Bruder fremd zu gehen, dem er sie ja ausgespannt hat, gönnt seinem Bruder, der ihn immer ermutigt und aufgebaut hat, seinen Erfolg nicht und hasst seine liebende Mutter, die sich nach dem Tod des Vaters um beide Söhne gekümmert hat, weil sie nach dem Unfall sein Cape angeblich weggeworfen hat. Blind vor Wut lässt er sich jetzt nicht stoppen und missbraucht seine neu gewonnenen Fähigkeiten gnadenlos. Die Geschichte zeigt dabei ganz typisches Verhalten, denn oft mag man die eigenen negativen Eigenschaften an anderen nicht und sie befallen einem auch besonders auf. Hier geht es sogar noch einen Schritt weiter, denn Eric projiziert sein eigenes Versagen und seinen Selbsthass auf die anderen, obwohl sie ihn immer unterstützt und nie hinterfragt haben. Das ist schon ziemlich deep. Die Zeichnungen von Zach Howard sind meiner Meinung nach wirklich gelungen und er setzt die Düsternis der Geschichte gekonnt um. Eric kommt entsprechend abgewrackt und verlottert rüber und an den passenden Stellen wird es auch explizit brutal. Der ganze Look wird von Nelson Daniels Farben auch gut unterstrichen, da viele Szenen im Dunkeln spielen, weshalb hier viele Blautöne genutzt werden und auch für die Tagsszenen kommen häufig gedeckte Brauntöne zum Einsatz. Ein nicht ganz untypischer Look für den Hollywood-Horrorfilm. Ursprünglich bei IDW erschienen und für 16,95 Euro bereits seit Februar 2013 bei Panini Comics erhältlich, zeigt sich auf 132 Seiten ein interessantes psychologisches Spiel. Was passiert, wenn jemand, der psychisch nicht ganz so stabil ist und im Leben nicht vorangekommen ist, plötzlich mit großer Macht konfrontiert wird? Beim typischen Superschurken haben wir ja meist eine sehr heftige Origin-Story, während Eric einfach nur ein Loser ist, der nichts auf die Kette bekommt, trotzdem von seiner Familie aber unterstützt und geliebt wird. Dennoch dreht er durch und nutzt Escape nur zur Zerstörung. Ein interessantes Gedankenspiel, was eben näher an der Realität liegt als die meisten Superhelden-Geschichten. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ich den zweiten Teil, das Cape 1969, der sich wohl um den Vater in Vietnam dreht, aber schon lange vergriffen ist, noch irgendwo bekomme. Ansonsten wisst ihr ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden und lasst gerne einen Daumen und Kommentare da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschaui.